Unmittelbar nach dem Osterfest möchte ich Sie, liebe Zuschauer, zur 15. Ausgabe der Ungarn-Deutschen Fernsehserie im Jahre 2020 willkommen heißen und diesmal nach Saar einladen. Eine Gemeinschaft, die dort vor 22 Jahren entstanden ist, hat den Namen des Ortes in Ungarn und auch in vielen Ländern der Welt bekannt gemacht. Den Anlass unseres Besuches gab die 22. Tanzgala der Saarer Tanzgruppe. Die geografische Lage der Gemeinde Saar ist schön. Sie befindet sich auf einem Plateau zwischen dem Wertesch- und Geretsche-Gebirge im nördlichen Zipfel des Komitates Weißenburg. Saar liegt aber nicht lediglich schön, sondern auch sehr günstig, unweit einer Haupteisenbahnlinie und der Autobahn bzw. der Hauptstraße Nummer 1, die in die 42 Kilometer entfernte Hauptstadt Budapest führt. 1700 Menschen leben hier und von ihnen haben recht viele deutsche Wurzeln. Graf Josef Esterhazy von Galanta brachte als Grundbesitzer 1729 die ersten deutschen Familien hierher. Er legte damit die Grundsteine einer deutschsprachigen Gemeinde, die sich wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell bis Mitte des 20. Jahrhunderts entwickeln und bewahren konnte. Die Kirche der katholischen Schwaben steht im Zentrum des Dorfes und ist zu Ehren von Johannes dem Täufer Mitte des 18. Jahrhunderts eingeweiht worden. Ihr Architekt war Jakob Fellner, Fischer, Macher, Werner, Hasenfratz, Fräß, einige von den typischen Familiennamen in Saar. Auch sie weisen darauf hin, dass hier gute zwei Jahrhunderte lang in der überwiegenden Mehrheit Deutsche gelebt haben. Der Gedenkstein im Park vor der Kirche erinnert an die große Wende in der Geschichte der Saarer Schwaben. Vertreibung von 560 Personen nach Deutschland im Jahre 1946 und Umsiedlung weiterer 28 deutscher Familien nach Werteschkosma zwei Jahre später. Frieden und Versöhnung brachten die seit dem vergangenen mehr als 70 Jahre und nicht nur das, sondern auch die Revitalisierung des Kulturerbes der deutschen Vorfahren. Ein Fahnenträger dabei ist die Saarer Tanzgruppe. 1998 wurde sie von Maria Schweininger als Kindertanzgruppe gegründet. Unser Bildschirm lernte die Gemeinschaft, die sich die Pflege der deutschen Traditionen vorgenommen hat, 2008 kennen. Seit der Entstehung der Formation gibt es in Saar ein traditionelles Programm. Jahr zu Jahr wird die Saarer Tanzgala veranstaltet, in der die Saarer Tanzgruppe ihr Bestes gibt. In den seit der Gründung vergangenen 22 Jahren ist die Gemeinschaft der Tänzer mächtig gewachsen. Momentan tanzen etwa 120 Jugendliche in acht Altersgruppen. In der ersten Gruppe sind die Gründer, die 28 bis 31-Jährigen und in der achten Gruppe sind die Jüngsten, die 6-7-Jährigen Anfänger. Die Saarer Tanzgruppe ist heute eine der größten ungarn-deutschen Kulturgruppen. Im Jahre 2020 sind auch die ganze Gemeinde, die benachbarten Dörfer und viele Gäste aus In- und Ausland auf die 22. Gala neugierig. Die Saarer Sporthalle ist bis zum Werbsten gefüllt. Wir grüßen Sie recht herzlich an dem 22. Jubiläum der Saarer Tanzgruppe. Auf der Bühne sehen Sie alle Tänzer und die Gruppenleitnehmer. Grandios ist die Eröffnung mit der bekannten Berischwara Zappelpolka des Choreografen Josef Wenzel. Ein generationenübergreifender Tanz mit mehreren Altersgruppen. Eröffnung mit mehreren Altersgruppen. In der Saarer Tanzgala gibt es Traditionen und zu Ihnen gehört die Ehrung der besten Tänzerin und des besten Tänzers des Jahres. Tox Lilla Sponderbarin Die Jüngsten zeigen in der Choreografie Inselbaum ihr Können. Die Jüngsten zeigen in der Choreografie Inselbaum ihr Können. Die Jüngsten zeigen in der Choreografie Inselbaum ihr Können. Die Festrede wird vom in diesem Jahr abdankenden Leiter der Saarer Tanzgruppe Peter Schweininger gehalten. Nach zwölf Jahren ist in diesem Jahr ein neuer Vorstand an der Spitze der Tanzgruppe gekommen und es bedeutet uns alle große Freude. Die neue Altersgruppe bringt neuen Impuls und zeigt, es hat ein Tanzgruppe gebaut, die Gemeinschaft und schwäbische Kultur für die Zukunft. Ich wurde einfach müde. Zehn Jahre lang habe ich Tag zu Tag das gemacht. Ich habe echt jeden Tag für die Tanzgruppe gearbeitet. Es war immer etwas. Und die Saar Tanzgruppe ist schon sehr groß. Es ist wie ein Institut. Maria Schweininger, die diese Tanzgruppe 1998 erträumt und zustande gebracht hat, ist Peters Mutter. Der Sohn war damals selbstverständlich dabei. Vor mehr als zehn Jahren übernahm er die Leitung. Seit 2008 konnte man ihm als unermüdlichen Leiter, Organisator, Choreograf und Seele der Gemeinschaft immer wieder begegnen. Das war unser erstes Gespräch im Jahre 2008. Der Anfang war so, dass meine Mutter hat gesagt, dass ich in dieser Tanzgruppe tanzen muss. Und sehen Sie, ich bin hier und ich liebe diesen Tanz. Und es ist mehr als ein einfaches Hobby oder ein Sport für uns, sondern es ist eine Lebensform. Tanzgala 2013 in Saar. Es ist wie ein Traum, diese ganze Geschichte. So viele junge Leute sind hier immer zusammen, dass man zuerst vor 15 Jahren nicht vorstellen konnte. Im Mittelpunkt der Tanzgala 2014 stand die von Peter Schweininger choreografierte Saarer Hochzeit. Ich habe es im Sommer gesammelt von der Saarer alten Schwaben, der Schwebenden. Und ich habe es gelernt, ich habe es gehört, wie es damals war. Und ich möchte einmal eine solche Hochzeit-Choreografie machen, wo man nur tanzt. Und ich möchte alles symbolistisch für das Publikum zeigen. 2016 hielt Peter den Teilnehmern des Welttreffens der Donau-Schwaben einen Vortrag über Saar. Und die Tanzgruppe führte im Dorf die schwäbische Hochzeit auf. Leid wohl, geehrte Akkord, eine Hochzeitsgeiste. Wo Gott und Mensch wollen ein Daubleib zu einem gemeinsamen Leib. Gibt es noch Tänzer, die beim Anfang dabei waren? Schon, schon. Ungefähr 15, 20 Jugendlichen gibt es noch. Die, die noch immer Jugendlichen sind. Die, die das immer noch machen. Und wie alt waren damals diese Kinder? Das war eine Kinder-Tanzgruppe. Ja, ja, zehn, neun. Es kommt jetzt ein neuer Impuls mit Sabol-Stock und mit dem neuen Vorstand. Und ich bin sicher, dass für diesen neuen Schwung man eine freie Bahn lassen muss. Aber was bedeutet das? Nicht mehr tanzen, oder? Doch, doch, doch. In seiner Festrede stellte er die Bilanz der 22 Jahre auf. In den Qualifikationswettbewerben des Landesrates Ungarn-Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen erreichten die Saarer viermal die Qualifikationsstufe Gold und einmal Gold mit Rosmarain. Die Saarer Tanzgruppe hat in den 22 Jahren ihres Bestehens 15 Mal an Europäer der Festivalen teilgenommen, vier Fußballturniers der GJU mitgemacht, war Organisator von sieben Weinleseumzügen, zwölf Weinlesebällen, 22 Tanzgalas, 20 Tanzlagern, drei Tanztreffen, vieler Auslandstourneen von Deutschland bis Amerika. Und das ist nur ein Teil der vollständigen Bilanz. Und wie viele Auftritte insgesamt? Mehr als 500, wenn ich mich gut erinnere. Und wie viele Generationen gibt es jetzt schon und wie viele Tänzer in der Gruppe? Jetzt 120 und es gibt acht Alterspass. Was macht Peter Schweininger privat? Ich bin Lehrer. Wo? In einem Gymnasium in Tatabania. Geschichte und Geografie unterrichte ich. Und daneben mache ich mein PhD-Diplom an der Älter als Historiker. Musik 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 Traditionell wird auch der Karoy-Frees-Preis seit 2010 in jeder Tanzgala verliehen. Karoy-Frees stammte aus einer Saarer-schwäbischen Familie und war Leitender Journalist des Tagesblattes Nebsovatschag. Mit großer Hingabe betreute er die jungen Saarer Tänzer während Auslandsreisen und war ein begeisterter Fan der Gruppe. 2008 war er in einem Autounfall tödlich verunglückt. Den Preis, der seinen Namen trägt, hat sein Bruder gestiftet. Im Jahre 2020 sprach das Kuratorium den Karoy-Frees-Preis Jujana Ledeni zu und überreicht hat ihn der Neffe des tödlich verunglückten Journalisten. Gemeinsam mit Manfred Meyerhofer, der seit zwölf Jahren Ehrenmitglied der Saarer Tanzgruppe ist, bedankte sich die vor lauter Überraschung im ersten Moment völlig wortlose Ausgezeichnete für den Preis. Jujana Ledeni leitete 13 Jahre lang bis Ende 2019 das Büro des Landesrates Ungarn-Deutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen und betreute mit großer Hingabe die traditionspflegenden ungarn-deutschen Formationen. Ihr besonderes Interesse galt der jungen Generation. Jahr zu Jahr war sie im Publikum der Saarer Tanzgala anwesend. Ich kann aus tiefster Überzeugung sagen, die Saarer Tanzgruppe ist und wird eine der besten Tanzgruppen der Ungarn-Deutschen hier sein. Was kann eine solche Bewegung einem Dorf wie Saar mit insgesamt 1700 Einwohnern und dieser Gemeinschaft, dieser Gemeinschaft der Jugendlichen geben? Eva, du hast es schon gesagt, die Gemeinschaft, die Betonung liegt auf Gemeinschaft. Das Schöne ist, dass viele, viele von diesen, die 22 Jahre tanzen, im Ausland sind, aber immer wieder zurückkommen und immer wieder tanzen. Und dass auch eine sehr aktive Jugendarbeit betrieben wird, dass auch die kleinsten Kinder im Kindergarten mit einbezogen werden und dadurch auch die Tänze und die Musik und auch die Gesänge natürlich ihre Vorfahren dort erlernen. Musik Musik Die meisten neuen Choreografien, die die verschiedenen Generationen der Saarer Tänzer in dieser Gala präsentieren, wurden von dem neuen Tanzgruppenleiter Sobolz Stock und seiner Partnerin Franziska Neut erarbeitet und arrangiert. Musik 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 Ich bin 21 Jahre alt und ich tanze hier in der Saarer Tanzgruppe seit 16 Jahren und seit ein Jahren bin ich der Leiter der Saarer Tanzgruppe. Und wie ist das gekommen? Musik Unsere Gruppe braucht einen neuen Schwung, neue Menschen, neue Leiter. Musik Neue Ideen. Musik Ja, neue Ideen, ja. Und das ist so gewährleistet, wenn ein junger Mann kommt. Und womit beschäftigst du dich so primär? Was lernst du? Musik Ich lerne jetzt in der Universität in Moschow-Magyarovar. Ich lerne Wirtschaft. Seit wann machst du Choreografie? Seit sechs Jahren. Ich war ein Studium beim Helmut in Petsch. Und danach begann ich das. Sobolz und seine Freundin Franziska choreografieren und leiten die Tanzausbildung und das Einstudieren neuer Tänzer für alle Generationen. Musik Musik Wann haben wir das letzte Mal gesprochen? Ich denke vielleicht, das war bei der Saarer Hochzeit. Und was ist seitdem mit Mathezenz geschehen? Na ja, ich habe mit einem Fachausbildung für Neurologie angefangen. Und deshalb bin ich leider immer mehr im Hintergrund bei der Gruppe. Aber das ist halt so, das muss so sein. Also arbeite ich schon als Arzt, als Allgemeinarzt auf einer Hirnschlagstation. Aber noch nicht. Ich bin eigentlich als eigener Facharzt. Und ist das in Budapest? Der Arbeitsplatz? Ja, im Wombet-Vorhast. Wombet-Vorhast Budapest. Und tägliches Pendeln, oder? Ja, ja, ja. Kann man das gut machen von Saar aus? Ich bin dran gewöhnt. Also mein Vater hat das so gemacht und während der Universität haben wir das so gemacht. Ich bin dran gewöhnt. Ich bin dran gewöhnt. Mit dem Auto, oder? Ja, mit dem Auto. Dr. Marte Zenz ist kein Gründungsmitglied. Er trat 2003 der Tanzgruppe bei. Ich habe die erste Altersgruppe, die waren meine Mitschüler. Aber ich habe so entschieden, dass ich spiele Musik, aber kein Tanz. Aber dann ist es so gekommen, dass eine sehr gute Gesellschaft zusammengekommen ist. Wir haben anderen kennengelernt und so ist es. Guck mal, dass dann... Ja, ja. Aber Musik steckt ja in der Familie. Die Mutter hat gesungen in den Korden. Ja, die Mutter singt noch immer. Und der Großvater, der hat Knopfharmoniker gespielt. Und dann habe ich mit Akkorden angefangen. Neben dem Tanzen konnte er auch seine Sprach-, sogar Mundartkenntnisse gut gebrauchen. Der liebe Gott heute so will, dass ich heute von dir Abschied nehmen soll und ein eigenes Leben mit meinem Maul anfange. Gott segne die liebe Geschwisterin. Was hat diese Tanzgruppe alles gegeben? Was gibt diese Tanzgruppe, dieser Gemeinschaft? Auslandsreis und Freunde? Ja, Freude, Kreis, Identität. Das Wille, hier zu bleiben. Ich denke, das ist vielleicht das Wichtigste. Hier im Saal? Ja, hier im Saal. Also das war nie eine richtige Frage. Darum habe ich nie überlegt, ob es so schwer ist, zum Beispiel pendeln. Weil von hier nach Budapest, das geht nur mit Bändern. Und hier ist sicher. Hier fühlt man sich zu Hause. Ja, ja. Und auch in dieser Gemeinschaft. Ja. Die kleine Bläserparty aus Turwall unter der Leitung von Thomas Spette und des Dirigenten Shandor Kostasch begleitete die Tänzer während des kompletten Gala-Programmes mit Livemusik bester Qualität. Ich helfe von ... Musik Storchschäger, Olli Jörg Wartmann, dass wir nächstes Jahr wiederkommen können, Storchschäger tanzen und unser Herz tut stark gut, er klopft, er klopft, dass wir Ovid sehen können. Ja, ja, das war jetzt die 22. Gala und ich sage, verpassen keine einzige, gell? Na, ich bin Ovid Topfest, mir dann Ovid so umgekommen, dass wir Doss müssen sein und mir diese Liebe, unser Liebstes. Tänzt jemand von der Familie? Ja, die Kinga, die Kinga, der Peter, der Adam, bei den Olli tanzen. Also Familie, ja, ja, ja. Ich habe die Tanzgruppe durchs Internet kennengelernt, das hat mir sehr gefallen und ich habe gesagt, das ist ungefähr so, wie bei uns die Leute früher waren. Sie hatten das gleiche gewandert und hatten auch diesen Tanz, diese Zeppelpolka. Woher kommen Sie? Aus Schattendorf im Burgenland, das ist bei Schopron. Und ja, und wir tanzen auch, also es sind sehr wenige Leute, die das noch können, aber doch einige und ich selbst kann es auch. Jetzt habe ich natürlich gesagt, ich möchte das einmal in live sehen. Ich kenne auch schon viele Saarer privat, also nicht nur die Leute von der Tanzgruppe. Heute ist ja eine ganze Gruppe aus Österreich hier, Sie sind heute nicht der Einzige. Nein, nein. Sogar mit Oedenburger an. Ja. Wir freuen uns sehr auf diese jungen Leute hinter dieser, was sie heute an Bühne gezeigt haben. Da steckt sehr viel Arbeit und wir schätzen diese viel, viel Arbeit, was sie machen. Und wirklich, sie machen das, was von uns auch vom Herzen kommt. Das ist sehr wichtig und sehr schön. Die Saarer Tanzgruppe ist, wie das die Tänzer selber formulieren, nicht nur eine Tanzgruppe und nicht nur eine gute Gemeinschaft. Die Saarer Tanzgruppe ist ein Neubeginn und ist ein Höhepunkt in der Geschichte von Saar.